Ja. Meine Freundin Greta hat Interesse an Ihnen. Sie findet sie sehr attraktiv und schön. Was sagen Sie bitte? Hallo. Also wenn deine Freundin so hübsch ist wie du und schlank, spricht da nichts dagegen. Wenn sie dann 18 ist, alles wunderbar. Also in dem Sinne... Wut? Digga, wenn sie 18 ist? Wut? Digga, der arbeitet doch... Digga, ich sag, der arbeitet irgendwie in der Bank oder so. Oder irgendwie ist er beim Bäcker. Oder der hat einen ganz normalen Job. Weißt du, was ich meine? Ja. Der wird irgendwo oder arbeitet beim Amt. Digga, ist doch Ende. Dafür kannst du doch... Wie heißt der? Der böse Wolf heißt der? Vor allem dieses oberkörperfreie, diesen gammeligen Haaren auf der Brust. Gammelhaare da, ne? So nichts halbes, nichts ganzes. Das ist keine richtig krass beharte Brust, sondern so eine Medium. Ja. Aber also in dem Sinne... Da steht halt jemand, das ist mein Lehrer. Oh Gott.